Hi, ich bin Luke und cool, dass ihr wieder da seid. Manche von euch haben bestimmt schon von einer Genschere oder von einem molekularen Skalpell gehört, das es ermöglicht, DNA zielgenau, einfach und kostengünstig zu verändern. Dabei sprechen wir von einem relativ neuen Instrument der Gentechnik namens CRISPR-Cas. Einfach gesagt handelt es sich bei CRISPR-Cas um das Immunsystem von Bakterien. Wurde ein Bakterium von einem Virus infiziert, baut es einen kurzen Genabschnitt des Erregers in das CRISPR-System ein. Dieses System kann man sich wie ein Archiv mit ganz vielen Fahndungsfotos von Viren vorstellen. Diese genetischen Fahndungsfotos kodieren für die CR-RNA, mit deren Hilfe das Bakterium in der Lage ist, das Virus bei erneuter Infektion zu erkennen, da die CR-RNA komplementär zu Virus-DNA ist. Nachdem das Ziel erkannt wurde, muss es auch zerstört werden, und das erledigen Endonukleasen. Die können nämlich DNA und sogar RNA zerschneiden. Über eine Tracer-RNA verbindet sich ein CR-RNA-Fragment mit einer Endonuklease zu einem Ribonucleoprotein. Diese Einheit ist nun in der Lage spezifisch, DNA- und RNA-Abschnitte zu erkennen und zu zerschneiden. Wichtig ist noch, dass die Ziel-DNA eine aus drei Basen bestehende PAM-Sequenz enthält. Dadurch verhindern Bakterien nämlich, dass sie versehentlich ihr eigenes Erbgut zerstören, da diese Sequenz nur in der Ziel-DNA vorkommt. In der Gentechnik ist CRISPR-Cas ein mächtiges Werkzeug, da es möglich ist, eigene Fahndungsbilder einzubauen und so gezielt ausgesuchte DNA-Abschnitte zu zerschneiden. Durch das Zerteilen der DNA können verschiedene Szenarien auftreten. Zum einen kann man die DNA so zerschneiden, dass sie nicht wieder zusammengefügt werden kann. Das nennt man Disruption. Zum anderen kann man bestimmte Teile der DNA gezielt ausschneiden, wobei sich die beiden Stränge danach wieder ohne den spezifischen Abschnitt zusammenfügen. Dabei spricht man von Deletion. Zu guter Letzt kommen wir zu dem, was die meisten als Gentechnik bezeichnen würden, und zwar das Einsetzen neuer DNA-Sequenzen. Diesen Vorgang bezeichnet man als Insertion. Dabei kann man entweder bestimmte Abschnitte austauschen oder aber einfach nur neue Sequenzen einsetzen. CRISPR-Cas ist eine der größten und mächtigsten Entdeckungen unserer Zeit, doch die Forschung steht noch ganz am Anfang. Wir können also gespannt bleiben, was die nächsten Jahre und Jahrzehnte der Forschung hervorbringen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterbringen. Falls ihr auch in Zukunft Hilfe in Biologie gebrauchen könnt, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Cool, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal und ciao.